Heute befindet sich Las Vegas Fundproduktion in St. Georgen und wir beginnen hier eine Zeitreise. In einem alten Industriewerk, in dem früher unter anderem technische Uhren und Feinwerktechnische Apparate gebaut wurden, entstand ein modernes Hotel und das sind wir, der Name Hotel Federwerk. Es ist dabei eine spitzbübische Charakterisierung und ein Hinweis auf die Historie des Standortes. Nicht, dass wir hier auf Federkernmatratzen schlafen, sondern eine ganz tolle Ambiente haben mit tollem Frühstück, tollem Aufenthalt und wir begleiten ab Freitag oder ab Samstag dann die Brasche-Gruppe, die hier ihr Wochenende verbringen wird. Wir freuen uns darauf und wir sind alle quietsch vergnügt, inklusive Hoteldirektion, die wirklich alles federleicht nehmen kann. Bis zum nächsten Mal.